Von der Insel geht es ab nach Baden-Württemberg und damit hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einer weiteren Folge der F1 Grand Prix Vorschau. Heute mit der Vorschau für den anstehenden Deutschland Grand Prix. Die Streckendetails Am 28. Juli beginnt die 37. Ausgabe des Deutschland Grand Prix in Hockenheim. In dieser Tabelle könnt ihr erkennen, wann die Formel 1 in Hockenheim zu Gast war. Die Rennstrecke verfügt insgesamt über 17 Kurven, 6 Linkskurven und 11 Rechtskurven. Vom Start bis zur Kurve 1 sind es 420 Meter. Auf der gesamten Strecke fährt man zweimal im achten Gang. Insgesamt 46 Gangwechsel gibt es pro Runde, zusammengerechnet 3082 im Rennen. Die Boxengasse hat eine Länge von 300 Meter und dort wird höchstens 80 kmh gefahren. Die Wahrscheinlichkeit auf eine Safety Car Phase liegt bei 25%, der Vollgasanteil liegt bei 71%. In den bisher 36 Ausgaben des Deutschland Grand Prix in Hockenheim gewann 18 Mal der Pullsetter, was einer Quote von 50% entspricht. Der Bremsenverschleiß wird als Mittel angegeben und der Reifenverschleiß auch. Gefahren wird 67 Runden lang im Uhrzeigersinn bei einer Gesamtrendistanz von 306,458 Kilometer. Die Streckenlänge beträgt 4574 Meter. Das DRS darf zweimal pro Runde verwendet werden und zwar auf das Startziel geraten und zwischen den Kurven 4 und 6. Die Siegerstrategie von 2018 war eine Soft-Ultra-Soft-Strategie von Lewis Hamilton. Schnellster Pilot im Feld war Lewis Hamilton mit 346,9 kmh. Die schnellste Rennrunde ging ebenfalls an den Briten mit einer 1,15,5,45 gefahrenen Runde 66. Sebastian Vettel führte den Grand Prix bis einschließlich Runde 25 an, dann Valtteri Bottas, dann Kimi Reykönnen, dann wieder Sebastian Vettel, dann wieder Valtteri Bottas und zum Schluss Lewis Hamilton. Schnellster Boxenstopp war der vom vierfachen Weltmeister. Seine Zeit war eine 18,657 in Runde 25. Seine Standzeit war eine 2,09, was auch gleichzeitig die schnellste Standzeit des Rennens war. Die durchschnittliche Geschwindigkeit des Siegers lag bei 198,789 kmh. Der Rundenrekord im Rennen ist eine 1,13,780, gefahren von Kimi Reykönnen aus dem Jahre 2004 mit seinem McLaren MP4-19b. Der Rundenrekord in der Qualifikation fuhr Sebastian Vettel 2018 mit einer 1,11,212 mit seinem Ferrari SF71H. In Hockenheim werden die Mischungen C2 der harte Reifen, C3 der Medium und C4 der softe Reifen gefahren. Wer welche Reifen für das Wochenende gewählt hat, könnt ihr hier in dieser Grafik sehen. 2018 wurden die Mischungen Ultrasoft, Soft und Medium gefahren. Wichtiges zum Setup. Aufgrund von langen Geraden werden die Flügel eher Richtung wenig Abtrieb eingestellt. Das Boliden-Setup ist identisch mit dem in Australien. Schwierige Kurven. Kurve 1. Hier sollte man auf den äußeren Curb aufpassen, denn beim Überfahren kann man zum Beispiel im Qualifying seine Zeit schnell aberkannt bekommen. Kurve 6. Die Fahrer kommen mit 330 kmh an und bremsen zwischen dem 150- und 100-Meter-Schild, wo sie die Spitzkehre mit 60 kmh durchfahren. Kurven 12 und 13. Hier fährt der Fahrer quasi Vollgas Richtung Eingang Motodrom und runter zur Sachskurve. Dort sollte man den inneren Curb vermeiden. Kurve 16 und 17. Der Fahrer muss die beiden letzten Rechtskurven optimal treffen, um mit hoher Geschwindigkeit auf die Startzielgerade zu kommen und um eine gute Rundenzeit hinzulegen. Der Zeitplan. Hier sind die offiziellen Trainings, Qualifikations- und Rennzeiten. Besondere Vorkommnisse Am 7. April 1968 verunglückte Jim Clark während eines Formel-2-Rennens, als er im Regen infolge eines schleichenden Plattfußes und Reifenschadens von der Strecke abkam und gegen einen Baum fuhr. Auf dem alten Hockenheimring wurden drei Kurven ihm zu Ehren ernannt. 2, 3 und 4. 1982. Nelson Piquet wollte Elisio Salazar überrunden, doch er kollidierte mit dem Führenden, sodass beide Fahrer ausschieden. Der Brasilianer fing vor laufender Kamera an, auf den Chilenen einzuprügeln. Eine der bekanntesten Szenen der F1. 1994. Beim Start kam es weiter hinten zu einer Massenkarambolage und neun von 24 Fahrern schafften es nicht, die erste Runde zu überleben. Aber eine Szene ist bis heute unvergessen. Als der damalige Benetton-Fahrer Jusfer Stappen zu seinem Boxenstopp kam und seine Crew nachtankte, entzündete sich ausgetretenes Benzin und es gab einen Feuerball. Bei dem Rennen kamen nur 8 von 24 Piloten ins Ziel. 2001. Auch sieben Jahre später kam es zu einem Startcrash. Dieses Mal hatte Michael Schumacher einen schlechten Start und einige Fahrer konnten noch ausweichen. Luciano Burti in seinem Prost aber nicht. Er fuhr dem damals dreimaligen Weltmeister hinten drauf und flog über die Strecke. 2010 kam es zu einem Funkspruch, der auch bis heute unvergessen ist. Philippe Massa wurde per Funk mitgeteilt, dass sein Teamkollege Fernando Alonso schneller sei und er ihn vorbeilassen soll. 2014 kam es wieder zu einem Startunfall. Dieses Mal fuhr McLaren-Fahrer Kevin Magnussen, Williams-Pilot Philippe Massa in die Seite und dieser überschlug sich in Kurve 1. 2018 rutschte Sebastian Vettel als Führender bei Nasser Strecke ins Kies, in der Sachskurve und musste aufgeben. Die bisherigen Sieger des Deutschland Grand Prix. Aufgrund der zu langen Liste hat Mike euch den Link in die Videobeschreibung gepackt. Wenn ihr mich jetzt noch supporten wollt, könnt ihr auf Like klicken und wer noch kein Abonnent dieses Kanals ist, kann das mit einem Klick auf Abonnieren nachholen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao. Ciao.